Bischof Franz Josef Bode ist der Liebling des deutschen Linkskatholizismus, Vizepräsident des Synodalen Weges, Vizepräsident der Deutschen Bistumskonferenz. Er hat es bis jetzt geschafft, keine Konsequenzen aus seinem fatalen Umgang mit dem sexuellen Missbrauch in seinem Bistum zu ziehen. Allerdings könnte das nun zu Ende sein, denn die Betroffenen haben ihn nun angezeigt, und zwar bei Bischof Hese und im Vatikan. Konkret heißt es, Bischof Bode hat entgegen klaren päpstlichen Vorgaben gehandelt, um beispielsweise sexualisierte Gewalt gegen Minderjährige noch in diesem Jahr als Beziehung deklariert. Mal sehen, wie Bischof Betzing, auch der Liebling des Linkskatholizismus, darauf handelt. Dankeschön.